Ich nehme mich mal ein bisschen an. Das war's nicht, wenn du denkst, das war's, dann weißt du nicht. Ich hoffe, du warst. Weißt du, ich sitze genauso wie in dem Video, genauso wie in dem Video, wieder rückwärts. Okay? Weißt du. Oh, komm. Du hast schon hier aufgebracht. Aha. Was ist das? Ich muss dasario sein. So ein bisschen. Jetzt sind die dran gewesen. Die waren schlimmer. Oh, scheiße. So, Robin. Ich hab mal Glück gehabt. Robin, du wirst so dein Wunder leben. Guck, so sah ich letztens aus. Erster Jürgen. Aber Hosen ist schon gut, krass wieder. Erste, Robin. Das war's noch nicht. Ich weiß. Ich hab dich schon aufgefahren. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir aussteigen? Was? Ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir aussteigen? Wir steigen nicht aus. Können wir bitte gehen? Kennst du Detlef? Können wir bitte gehen? Warum? Ich hab die ganze Gefühl, dass du keinen Bock mehr hast. Detlef Stevens. Ich würde mich aufregen, weil diese Steine nicht kleben, Alter. Und tschüss, Korski. Boah, Leute. Ich hab ein weißes T-Shirt an, das ist nicht gut, die Idee. Was? Robin, oh nein. Niklas, Niklas, wollen Sie da rein? Nein! So, das war's nochmal wieder, ne? Einmal noch so.